Oliver Pocher. Affäre mit Cora Schumacher sorgt für große Augen. Jetzt bezieht er Stellung. Seit Monaten ätzt Oliver Pocher öffentlich gegen seine Ex Amira. Zuletzt beschäftigten ihn vor allem die Gerüchte um ihre angebliche Romanze mit Taf, Moderator Christian Düren. Zu einem gemeinsamen Foto aus Südafrika schrieb er beispielsweise. Einfach nur Freunde, die sich mal treffen, der Christian Düren ist da sehr selbstlos, der würde, solange er in festen Händen ist, seine festen Hände im Griff haben. Doch damit nicht genug. In seiner Instagram-Story beschwert er sich weiter. Eigentlich müsste es mir ja egal sein. Aber sorry, so weit bin ich einfach noch nicht. Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich morgens so, kurz nachdem, mit einem vermeintlichen Freund als zweifache Mutter zu präsentieren. Klingt nach vielen verletzten Gefühlen, oder etwa doch nicht? Trotz seines öffentlichen Liebeskommers soll Oliver privat schon länger mit der Beziehung abgeschlossen haben. Kora Schumacher äußert sich zu den Gerüchten. Laut Informationen der Bild-Zeitung teilt der Comedian sein Bett längst mit einer anderen Frau, und die ist alles andere als unbekannt. Bei seiner Geliebten soll es sich um Kora Schumacher handeln. Eine Verbindung zu ihm bestätigte sie bereits gegenüber Bild. Was genau Kora darunter versteht, ist bislang unklar. Fest steht in jedem Fall, dass sich die beiden gut kennen. In einem Interview mit RTL gesteht das Model, bin jetzt nicht mehr bei Onlyfans, sondern bei Olifans. Genauer Informationen wolle sie aber nicht preisgeben. Was zwischen den beiden wirklich läuft, wissen wohl derzeit nur die beiden. Aber vielleicht plaudert sie ja im Dschungelcamp. Das ein oder andere Detail aus, wir bleiben dran. Wer ihren Auftritt in der Show nicht verpassen möchte, sollte sich die 17. Staffel ab dem 19. Januar bei RTL anschauen. Update Mittlerweile äußerte sich auch Oliver Pocher zu den Gerüchten bei Instagram. Zu einem Screenshot von dem Artikel schreibt der Comedian scherzhaft. Fehler Ich habe eine heimliche Affäre mit Ralf Schumacher. Nicht verwechseln. Eine Bestätigung hört sich anders an, ein Dementier allerdings auch. Vorher Zurich Ungleich 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 Ungleich